Ja, guten Morgen, guten Tag. Es ist jetzt heute tatsächlich der Tag vom Heiligen Abend. Und ich möchte euch gerne mitnehmen auf meiner Reise in meine Welt der Skulpturen. Es ist noch früh am Morgen und das ist meine neueste Ausstellung, sehr kompakt. Ich habe sie 24 Betrachtungen zur heiligen, zur stillen Zeit genannt. Es sind tatsächlich insgesamt 24 Skulpturen, Einzelmotive oder auch in Gruppen. Und es hat sich für mich gezeigt, dass ich bei meinem Skulpturenschaffen doch tatsächlich sehr viel von den Motiven um diese Gestalt des Jesus... Wir denken jetzt alle an das Kind, das geboren wird, aber auch das des Christus, der später die Liebe in die Welt bringen möchte, zu tun hat. Nun geht es in meine Werkstatt. Es ist jetzt eine stile Zeit. Und ich habe in meiner Arbeit immer diese zwölf heiligen Nächte sehr gerne genutzt, zu neuem Schaffen. Und es hat mir oft Motive dann für das ganze folgende Jahr gegeben. Ich fand es für mich immer einen sehr schönen, einen klaren Gedanken, dass diese zwölf heiligen Nächte wie ein Vorklang auf das kommende neue Jahr sind. Also dass sie dieser Nächte einem der kommenden Monate entspricht und es sich lohnt, gut nachzuempfinden, was einem in dieser Zeit entgegenkommt. So möchte ich mit diesem kleinen Film einen Anfang setzen, jetzt für das neue Jahr. Ich freue mich, wenn es Euch ein bisschen gefallen hat und freue mich auch darauf, Euch zu einzelnen Motiven und zu einzelnen Werken ein bisschen mehr zu erzählen. Euch einen guten Tag!